Kontrakt akzeptiert! Gehen zu Target! Ich bin grad ein bisschen überfordert, ne? Also nicht wundern! Wo kam ich denn her? Sag mal! Kam ich von unten? Ich weiß das nicht mehr! Ich würd fast sagen ja! Ah Himmel! Ist okay, komm! Ah okay, alles klar! Ich glaub von hier, genau, hier hab ich einen Typen besiegt! Also muss ich doch nach oben, tut mir leid! Aber ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab jetzt irgendwas übersehen! Ich guck mal auf die Karte! So! Da rechts! Ja, ich glaub ich geh doch mal lieber nach rechts erstmal! Offensichtlich gibt's hier noch ein bisschen was zu erledigen! Da komm ich nämlich runter! Und da war ja auch noch was! Und hier rechts! Ne? Jetzt sieht's so aus, als käme ich da auch durch! Ha! Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin! Ja damit! Energieaufladung Upgrade! Energieaufladungszeit verkürzt! Hm? Wie Energieaufladung verkürzt? Krieg ich dann schnellere Upgrades oder wie oder was? Dann find ich okay, aber... Also, dass ich schneller wieder aufgeladen wird! Wenn ich was einsammle! Ich hab ne automatische Aufladung existiert ja eigentlich nicht! Weiter! Perfekt! So will ich das haben! Und nicht anders! Aber was mich halt wundert, ne? Ich dachte eigentlich, das Spiel ist relativ umfangreich! Aber wenn man mal bedenkt, dass ich jetzt schon die Hälfte der Upgrades hab! Oder knapp die Hälfte der Upgrades! Ist das vielleicht doch nicht so umfangreich, wie ich eigentlich ursprünglich dachte! Hab ich, wenn ich von den Kapiteln guck' Ich glaub wir sind ja grad mal in Level 3 Oder vielleicht sogar noch 2 Wir sind, wir haben 10 Dann sind ja schon ein paar Sachen, die ja noch kommen Plus halt die Sachen, die ich dann noch zusätzlich gerne sammle Ja, hau ich auch mal in die andere Richtung, fänd ich cool Äh, okay, komm Danke Ah... Hier ist mir grad relativ egal Ist mir all egal Panzer erleben nicht mehr Alter, meine Nase, ne, ey Tut mir echt leid Boah, weiter geht's! Rumhacken! Die mit ihrem Kackschild, ne? Die sind schon nervig, die Gegner Muss ich so sagen Weil die stören doch das Metzeln einfach Der Flow geht durchs Tier verloren Okay, ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin muss Ist ja unten irgendwie eine Fabrik oder so ein Scheiß Was? Gliederne Türen Was mach ich denn mit gliederne Türen? Ich brauche einen Upgrade, damit ich die Scheiße kaputt machen kann Ja komm Hoch, 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 hoch Hoch die Tassen Da ist nichts Ach, die heilige Okay Okay Geht doch Ich bin jetzt grad ein bisschen schwierig Bin hier ehrlich Kann ich da irgendwie dran? Also jetzt nicht so schwierig Also jetzt nicht so schwierig, dass ich jetzt sagen würde Yo, ich bin jetzt tot Ähm Kontrolliert war das, was ich grad getan hab, nicht Boah, Alter, meine Nase bringt mich um Hey, brauche ich nicht, super Und nochmal der gleiche Scheiß? Ich kann nur sagen, ist mir egal Ich kann nur sagen, ist mir egal Ich kann nur sagen, ist mir egal He, hu, hu, hu Okay Aaaaah Naja, komm ich auch nicht runter Bosskampf Solo Unmatch Bounty Hunter Strider You have been mobbed The danger to the state Surrender Pfff Consequences Na gut Ich hab grad die Nase hochgezogen, es tut mir leid Oh, schirbst du ja nicht, weil du noch gar nichts gemacht hast Du hast ja nichtmals versucht mich zu töten Oho, okay, ey, bleib geschmeidig, Junge Öh, das hört mich auch weg? Wo bin ich? Hallo Ah, okay Ja, ich lach mich auch tot, ne? Alter Was geht mit dir, Junge? Was ist dein perfektes Problem, du Arsch? Okay, gut, das sollte jetzt erstmal kein Problem sein Lach dich ruhig tot Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll, ernsthaft Weil mir ist auch grad ein bisschen fällig Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Okay, in der Mitte stehen bleiben Alter, okay, er macht mich so nass, ne? Das ist ja nicht mehr feierlich Das ist ja nicht mehr feierlich Ich kenn deine Attacken noch nicht alle Ich hoffe, ich überlebe's, dass ich alle mal Kennenlernen darf Sollt mir das weh tun? Sollten Kort Okay Okay Was ist das? Was ist das? Ich brauch meine G Park-Nergie Oh Scheiße! Oh mein Gott! Ich lass jetzt diese Attacke, die wir schon mal gesehen haben... Okay, die ist eigentlich ganz cool, die Attacke. Die soll doch ruhig öfter machen, weil dann kann ich den Schild verletzen währenddessen nämlich. Ich versteh, ich versteh diese Attacke echt nicht. Ich denk mal, die macht auch Schaden, ne? Jetzt hoff ich das mal. Au, 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 au! Ich leb noch, ich leb noch. Die Hälfte-Energie hab ich nicht mehr schon mal abgezogen. Okay. Pffft! Die ist auch cool, die Attacke, die gefällt mir auch. Was machst du jetzt? Okay. Nicht dich heilen, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ui, Scheiße! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Scheiße! Tod bin ich! Fuck! Aaaaah! Ja, so ein paar Attacken, da habe ich schon Schwierigkeiten, denen auch tatsächlich auszuweichen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Okay, du kleine Stück Scheiße. Ich mache dich so nass, ne? Du dreckst mich. Ja, komm her. Ich will deine Fresse auf einem Silbertablett reserviert bekommen. Darf ich das wegtun? Nein, natürlich nicht. Willst du nass, ne? Ich mache es eigentlich, wenn die so noch mal separat präsentiert werden, die Gegner. Die will bei Borderlands auch. Ach, mach doch mal. Laber doch schneller. Danke. Ich habe hier schon ein 40 in der Energie abgezogen. Achso. Okay, dann geht ja doch klar. Okay. Oh, ich habe ihn kaputt. Okay, ein Achtel. Könnt ihr hinkommen mit dem Achtel? Okay. Hat doch gerade eben so funktioniert. Wir fuhren. Ja, sieht auf jeden Fall schon einiges besser aus. Muss ich sagen. Ach, du mit deinem Schut, Schöner. Ich seh mich nicht. Du Sackfresse. Okay. Ah, okay. Es kommt der hier. Der wird letztes Mal richtig weit abgezogen, ne? Aber er ist doch nicht so schwer wie gedacht. Ah, getroffen habe ich dich. Ha. Ha, ha, ha. Was ist hier wieder deine komischen äh, sechseckigen Drecksviecher? Ah, okay. Der trifft mich dann. Tatsächlich. Auch das ist, dem ist nicht, wäre nicht schwer auszweichen. Okay, jetzt haben wir schon die zweite Stufe fertig. Ja, halb so wild. Oh ja, okay. Der war doof von mir. Ist in Ordnung. Hatte ich gerade, äh, das lange Schwert? Was macht hier seine... Ja, geht aus. Okay. Ist ja auch nicht schlimm. Er ist gleich tot, der Arsch. Ach. Nein, 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 nein! Dass ich mir so viel Energie habe, ne? Das ist unglaublich. Was ist jetzt bis zum bitteren Ende? Komm. Lass dich. Komm, Brunnen! Ja, er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Yes! Ja, guckst du doof, ne? Du Arschloch. Jetzt hab ich dich, genau. Erstmal gucken. Okay. Sieht nach tot aus. Andere Seite. Äh. Sieht nach tot aus. Okay. Reflexierende Chiffre. Lässt hier die Kugel abhängen. Chiffre im richtigen Moment können Kugel zurück auf den Feind lenken. Nach oben zum Ausrüsten. Okay. Äh. Hä? Nach oben zum Ausrüsten, ne? Wie aktiviere ich das? Also ich hab auf jeden Fall ein anderes schwer. Es ist jetzt roh. Das ist schön. Das freut mich. Gibt es so genau das, was ich wollte? Ja, cool. Wunderbärchen. Das ist doch geil. Ach, Strom. Ja, bleib geschützt, meinte ich nicht. Äh, okay. Also jetzt einfach nur die ganze Zeit rummetzeln. Dann krieg ich das, äh, gut hin. Und dürfen wir eigentlich nie wieder einen Feind treffen. Ha! Ja, wunderschön reflektiert auf jeden Fall. Ja, halt die Fresse, Kollege. Wenn ich dich in die Finger kriege, ne? Bisschen Geschichte. Grandmaster Sex, hey. Der ist so die Frage. Was kann ich jetzt damit anfangen mit dem Scheiß, den ich jetzt hier gesammelt hab? Bei irgendeinem Grund muss ich das ja haben. Hm. Hm. Oder auch nicht. Kann man jetzt irgendwo weiterhelfen? Ich hab keine Ahnung gerade. Ich weiß es leider wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung. Hups. Ein Miniboss. Schön. Wunderbar. Ja, okay. Ich glaub, ich wurde getroffen. Aus Doofheit. Hä, so wie ein... Achso Okay Ob ich den irgendwie mach 20 Kugeln fertig Ich treff den nicht Äh Äh Alter, ich krieg das nicht hin Ich bin so dumm, ne Nein, bin ich doch nicht okay Geht doch, Mann Danke Wunderbar Es hat echt Bock hier, sich hier durchzumetzeln, ne, ohne Scheiß Gefällt mir echt gut Ah, es kommt hierhin NIEMALS Äh, X für Adel Achso, ah, okay, von hier aus soll ich also fliegen Aber da oben hab ich doch was gesehen Da hab ich doch was gesehen Jaja, jaja Aber erstmal wieder auch nochmal Hier sind wir jetzt Achso, okay Ich krieg zu viel grad Kannst du mal aufhören, mich abzuballern, Alter? Wann hat der geraucht? So Meine Fresse, ey Die schmeißen mit Bomben auf mich Bisschen erschöpig ich ja jetzt grad schon, ne Komm, geh kaputt, Alter Oh, meine Nase juckt Oh Ey, halt's nicht aus Okay, wunderbar Also, können wir das zumindest schon mal klären Au Nein Ich fall immer weiter drunter Und gleich bin ich tot Oh, ich brauch die Energie ganz dringend Himmel Und ich brauch jetzt recht, ey Alter Sag mal Wie hat der eine Typ denn eigentlich ausgehalten? So ist Wahnsinns Ist das Ding irgendwie schlechter oder so? Ich guck mal, ob ich dann irgendwie wieder wechseln kann, das, die Waffe Ich weiß nicht, ob die schwächer ist Ich muss zwar den ganzen Scheiß wieder hochklettern, aber ist dann eben nicht so schlimm Auf jeden Fall wieder voll Energie